Du hörst den Genius Alliance Podcast, hier ist Norman Müller mit einem Zitat heute. Wir machen heute wieder eine kurze Podcast-Folge und deswegen ein Zitat. Der Mangel an Vorstellungskraft ist einer der häufigsten Ursachen für Misserfolg. Der Mangel an Vorstellungskraft ist einer der häufigsten Ursachen für Misserfolg. Sei gespannt, wie ich dieses Thema gleich aufklappen werde. Viel Spaß mit dieser heutigen Podcast-Folge. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Ich wiederhole nochmal das Zitat. Der Mangel an Vorstellungskraft ist einer der häufigsten Ursachen für Misserfolg. Und das finde ich so genial, das Zitat, weil es so klar ist. Also man braucht, niemand braucht mir dieses Zitat übersetzen. Es ist einfach alles gesagt. Und dennoch stelle ich immer wieder fest, dass so ein paar versteckte, ich kann es mir nicht vorstellen, Momente sind, die Unternehmer, Unternehmerinnen davon abhalten, erfolgreich zu sein. Das heißt, Unternehmer gehen gerne her und sagen, grundsätzlich kann ich mir alles mal vorstellen. Und dann kommt ein Konzept, eine Strategie, eine Idee aus den Mitarbeiterkreisen, völlig egal. Und dann wird oftmals dieses Konzept sofort gekippt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil meine Mitarbeiter einfach diese Digitalkompetenzen nicht haben. Also man erklärt dieses sich-nicht-vorstellen-können auch noch, anstatt aufzumachen und sagen, ich kann mir vorstellen, dass wir das erreichen. Die Frage ist, was müssen wir dafür tun, damit wir es erreichen. So, und gerade zum Thema Digitalisierung, gerade zu Themen, in denen ich mich vielleicht nicht so auskenne, wird oft geblockt, wird oft, jetzt haben wir die Zwangsdigitalisierung durch Corona, ja, also wer hätte sich in Gottes Namen vorstellen können, dass wir heute in der Lage sind, eine große Tageszeitung in dem Wohnzimmer der Redakteure herzustellen. Ja, kein Mensch, jeder hat gedacht, wir müssen uns treffen. Ich habe das immer noch im Ohr, wir müssen unsere Kunden und Klienten persönlich kennenlernen. Funktioniert heute alles ohne persönlich, ja, das läuft über Zoom, Ende der Geschichte. Also ich muss niemanden heute mal persönlich treffen. Ist schön, ohne Zweifel, ja, also mal persönlicher Kontakt, gerade jetzt in der Zeit, wo wir das alles nur sehr eingeschränkt erleben können, ist es natürlich umso schöner, wenn man es mal wieder hat, so einen persönlichen Kontakt. Aber es geht auch ohne und es geht sehr gut ohne. Und wenn früher gesagt wurde, naja, du kannst vielleicht so 100, 200, 300 Euro pro Stunde als Geschäftsmodell online abbilden, ja, du kannst heute auch 10.000, 50.000, 100.000 und mehr abbilden online, ohne dass du diese Personen jemals persönlich getroffen hast. Das ist heute alles möglich. Hat sich aber keiner so recht vorstellen können vor fünf, zehn Jahren. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir uns die Sachen nicht vorstellen können, dann wird unser System nicht die Chance kriegen, alles dafür zu tun, damit du dieses Ziel erreichen kannst. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich diese Technik beherrsche. Du wirst diese Technik niemals beherrschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einen Umsatz machen kann von 50.000 Euro im Monat. Kann ich mir nicht vorstellen. Na ja, dann wird das auch niemals passieren. Wir können uns negative Dinge super vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass mich der über den Tisch ziehen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Auto irgendwie in den Tunnel reinfährt und explodiert und der Tunnel qualmt und Rauch und Feuer. Das kann ich mir alles vorstellen. Aber ich kann mir immer solche positiven Dinge einfach nicht wirklich besser vorstellen als so negative Dinge. Also die negativen, das fällt uns immer sehr einfach, weil diese Angst immer wieder mitspielt und sagt, okay, wenn ich jetzt investiere in meine Digitalisierung, mein Unternehmen, das kann ja schief gehen. Dann kann ich ja das Geld auch verbrennen. Also wer weiß, ich kenne mich nicht gut aus, ob das ein gutes Angebot ist oder nicht. Und ich muss also gewisse Risiken bereit sein einzugehen und das heißt Vorstellungskraft. Ich muss das Risiko eingehen, dass es auch schief geht. Aber wenn ich die Vorstellungskraft habe und mein System alle Sicherheiten aktiviert hat, dann werde ich besser mit den Risiken, mit dem Risikomanagement umgehen können und vorausschauender agieren können, selbst wenn ich nicht das Know-how habe, einzuschätzen, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Angebot ist, was mir vorliegt. So, das heißt, ich muss mich erstmal darauf einlassen. Ist doch wie in der Partnerschaft, wie in der Beziehung auch. Kann ich mich auf meinen Partner, meine Partnerin wirklich einlassen? Kann ich mich fallen lassen? Kann ich mich dieser Idee der Zweisamkeit wirklich hingeben? Und nichts anderes ist das im Business auch. Kann ich mich dem Positionierungsprozess wirklich hingeben? Kann ich es gut aushalten? Kann ich es gut halten, wenn mir ein Coach oder ein Berater sagt, du bist nicht gut positioniert? Oder bin ich so verliebt, so festgefahren in mir selbst, dass mein ganzes System ausstrahlt und sagt, hey, fass meine Positionierung besser nicht an. Also wenn ich bereit bin, mir das vorzustellen und mir die Frage ab und zu mal stelle, warum nicht? Was wäre denn, wenn meine Positionierung nicht die richtige ist? Was wäre denn, wenn meine Zielgruppe nicht die richtige ist? Das mal in Frage zu stellen. Was wäre, wenn mein Podcast nicht das richtige Thema bespielt, weil mein Podcast mir nicht die richtigen Kunden bringt? Das ist übrigens das, was ich sehr bewundere an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseres Entrepreneur Mentorings. Also das muss ich wirklich sagen, die Bereitschaft, sich was vorstellen zu können und sich vor allen Dingen auch mal auf was Neues einzulassen. Die ist immens hoch, das sorgt natürlich auch dieser Gruppen, diese Gruppendynamik, ist ja völlig klar. Aber dieses Dabeibleiben und sich auch mal mit Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar mit dem eigenen Geschäft zu tun haben, aber in zum großen, ganzen allgemeinen Verständnis beitragen, wie funktioniert digital denn eigentlich? Sorry, ich muss hier kurz unterbrechen. Du hörst diesen Podcast hier, weil du dir das schnelle Geld durch die Digitalisierung deines Unternehmens erhoffst? Dann ist das hier definitiv der falsche Sender. Ich kenne genügend Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor allem sehr viel Zeit in digitale Geldvernichtungsmaschinen investieren. Wenn du in den letzten drei Monaten keinen relevanten Umsatz im digitalen Markt gemacht hast, empfehle ich dir dringend von diesem toten Pferd abzusteigen. Das muss ich an dieser Stelle so klar auf den Punkt bringen, weil du hier sonst noch mehr deiner wertvollen Zeit verschwendest. Wenn du bereits ein Unternehmen führst und selbst das Gewicht der Verantwortung für deinen Erfolg oder Misserfolg tragen kannst, dann sollten wir uns in einem für dich kostenfreien Strategiegespräch darüber unterhalten, wie wir dein Geschäftsergebnis mithilfe eines professionellen Markenauftritts, digitalen Geschäftsmodellen und der Online-Neukundengewinnung verbessern können. Buche jetzt gleich einen persönlichen Termin auf unserer Website www.genius-alliance.com. Den Link findest du wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Bis gleich. Wie arbeitet man digital? Wie verdient man Geld digital? Wie funktionieren digitale Geschäftsmodelle? Auch wenn sie vielleicht jetzt nicht gerade für mich passen in meiner Branche. Also man kann immer wieder sich so sein eigenes adaptives Wissensnetz, was wir alle im Kopf haben, erweitern und profitieren langfristig von diesen Informationen. Ist vielleicht für uns jetzt nicht relevant, aber wird relevant werden. In einer abgewandelten Form vielleicht. In einer anderen Färbung vielleicht. Aber ich bin bereit und ich bin bereit, es aufzunehmen. Ich bin bereit, die Vorstellungskraft zu entwickeln, dass ich gewinnen kann, dass ich erfolgreich sein kann, dass ich meine Kunden happy machen kann. Wenn mir die Möglichkeit gegeben ist, nehme ich diese Chance wirklich an, weil ich es mir vorstellen kann. Es klingt total banal, aber ich will mit dieser Podcast-Folge erreichen, dass du ab und zu daran denkst und dir das vielleicht mal aufschreibst, einfach mal so eine Woche, zwei Wochen mit dir rumträgst und sagst, kann ich mir das wirklich vorstellen? Wenn der Umsatz, den deine Company gerade macht, noch nicht deinen Vorstellungen entspricht, dann versuch mal zwei Wochen wirklich mal intensiv dir vorzustellen, was wäre wenn. Also dir vorzustellen, du würdest den Umsatz machen, den du machen willst und den du brauchst, um zu wachsen. Nicht kostendeckend. Das ist auch immer eine ganz interessante Frage. Ich frage immer nach dem Umsatz und was willst du oder musst du verdienen? Und dann kommt immer die Rechnung nach unten hin. Also wo ist der Boden? Was brauche ich mindestens, um meine Kosten zu decken? Und das ist aus meiner Sicht der völlig falsche Ansatz, weil ich konzentriere mich, fokussiere mich dann genau auf diese Kostendeckung und ich werde nicht darüber hinaus. Es gibt so eine Backup-Aussage dann. Ich sage, ey, das brauche ich mindestens, aber nach oben hin kann es offen sein. Ich fokussiere nach unten und sichere mich ab für den Fall, dass das wirklich klappt mit diesem Vorstellen und mit diesem Wünsch dir was. Sichere ich mich dann ab und sage, hey, nach oben ist überhaupt kein Thema, also offen, da bin ich überhaupt nicht limitiert. Fehler. Du konzentrierst dich auf das Unten. Du konzentrierst dich auf dein Backup. Was brauchst du mindestens, um zu überleben, um deine Kosten zu decken, um deine Leute zu bezahlen? Aber das ist keine Wachstumsstrategie. Deine Vorstellung muss in exorbitante Höhen gehen. Ein schönes Beispiel, will gar nicht zu viel verraten, kommt bald im Podcast hier im Interview. Ein ganz tolles Unternehmerpaar. Wir haben uns kennengelernt. Wir haben über deren Geschäftsstrategie, Idee, Positionierung nachgedacht usw. und dann entwickelte sich etwas völlig Neues. Und das hat es vorher noch nie gegeben. Und damit werden wir eine Delle ins Universum hauen. Und vorher nicht vorstellbar, jetzt absolut vorstellbar. Und die beiden, ihr werdet sie kennenlernen, die haben die Möglichkeit, diese Forschungskraft zu entwickeln und gleichzeitig die Menschen mitzureißen. Die kennen keine Blockade. Die kennen keine finanzielle Blockade. Die kennen keine zeitliche Blockade. Also diese Gesetzmäßigkeiten sind komplett ausgehebelt, sondern es geht nur um den Fokus zu sagen, wir wollen genau das erreichen. Und wir wägen alles um uns herum ab. Unser Umfeld, die Entscheidungen, die wir treffen, die einzelnen Projektschritte, die wir gehen müssen, die wägen wir ab. Bringen sie uns unserem Ziel näher. Arbeiten wir wirklich mit den besten Leuten zusammen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist genau das richtige Mindset, was erfolgreiche Menschen unterscheidet von den Menschen, die eben eher Misserfolge haben oder nicht ganz so erfolgreich sind. Also das ist nochmal vielleicht zusammengefasst mein wichtiger Tipp an dieser Stelle zu dem Zitat, der Mangel an Vorstellungskraft ist eine der häufigsten Ursachen für Misserfolg. Versuch dich nicht nach unten zu orientieren und dir vorzustellen, dass du kostendeckend bist, dass du gerade mal so deine Leute bezahlen kannst, sondern such dir was, was du dir vorstellen kannst, was dich morgens aus dem Bett treibt und dir so viel Energie gibt, dich intrinsisch motiviert an diesem Ziel, zu arbeiten und zu sagen, okay, das würde ich mir gerne vorstellen und dann stell es dir wirklich mal zwei Wochen jeden Abend, wenn du ins Bett gehst, vor. Und such dir was richtig Geiles aus, weil wenn das funktioniert, was ich dir jetzt erzähle, dann wäre es doch cool, wenn du auch was richtig Tolles ausgesucht hast und nicht nur so dieses absolute Minimum, oder? So, und damit höre ich auf, ich habe eh schon überzogen. Sorry dafür. Aber ich freue mich total, wenn ihr mir ein Feedback dazu gebt, mich würde das interessieren, was ist aus euren zwei Wochen geworden? Was habt ihr euch vorgestellt und hat sich was in diese Richtung entwickelt? Die Wahrscheinlichkeit, dass der hohe Umsatz, den du dir gerade vorstellst, in zwei Wochen passiert, ist eher unwahrscheinlich, aber du wirst in diesen zwei Wochen Dinge erleben, die in diese Richtung, die dir helfen, in diese Richtung zu kommen oder in diese Richtung zu gehen. Und das würde mich mal interessieren. Schreibt mir gerne mal eine Mail oder kontaktiert mich auf sämtlichen Kanälen, die diese Welt, die diese digitale Welt zur Verfügung stellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.